It's me, Silinkario, schön dass ihr dabei seid hier bei meinem Let's Play zu Super Mario Kart Im letzten Part haben wir den Mushroom Cup endlich abgeschlossen, das heißt endlich, wir haben ihn geschafft im First 2 Und heute geht's weiter im Blumen Cup und auch hier wollen wir wieder Gold Pokal bekommen Haben wir ja im letzten Part geschafft, irgendwie, irgendwo, irgendwann Aber der Blumen Cup, ich hab's im letzten Part angesprochen, eben Turbostar, komm, 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 ja Jawoll, und dann düst du am Platz, als Platz, äh, 1, Pole Position oder so, ähnlich Ja, Münzen sind in Ordnung, bis zu 10 Münzen kann man ja sammeln Beziehungsweise bis zu 10 Münzen ändern die Geschwindigkeit Dann ist aber Maximum, ihr seht's unten rechts, man kann natürlich auch mehr einsammeln Wow, das sind aber sehr kurze Runden hier gerade Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott So, was wollte ich gerade sagen, ich hab's vergessen Naja, ich hab's vergessen, ich hab's vergessen Bis zu mehr als 18 kann man einsammeln, ja, haben wir auf jeden Fall, so Gut, Luigi ist ganz weit hinten Ist ja nicht wie im letzten Part, wieder, äh, äh, lernt sprechen, Silikario Ja, okay, ich geb mir Mühe, danke schön Luigi war ja im letzten Part, direkt in der ersten Runde auf Platz 2 Der wurde ja ein bisschen geärgert, könnte man behaupten Anhand von Bowser und auch Yoshi's Eye, sehr schön, das Item haben wir Yoshi's Eye Land Ha, ha, heute ist aber wieder unser Gegner, unser Rivale Aber wir kommen sehr schnell voran gerade Ist denn hier los mit mir, ich fahr gar nicht mal So schlecht, oder liegt das einfach daran Aber es ist immer noch der 100er Cup, also Ne, seht ihr, habt ihr auch gerade gesehen Ey, das meine ich, da war wieder die Bananen des Todes Donkey Kong übertreibt's einfach Ja, die CPUs, das ist Hochtechnologisch, hier müsst ihr euch vorstellen, ne 1992, äh, 92 haben sie sich so gedacht Oder 93 Äh, haben die sich gedacht Moment, wir müssen eben hier, die Computer ein bisschen stärker machen Eben kurz programmieren Was sind wir denn dafür? Ja, wir nehmen mal 10 plus plus Ja, 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 Donkey Kong X mal if, Moment, dann Cooper, sehr Und dann wirf Banane und dann direkt vor deinen Füßen So läuft das ab Ja, ihr habt's gesehen Ihr könnt nix machen Dir berechnen, wie du läufst Gut, aber ich sag mal, Luigi ist schlimmer Der hat einfach immer einen Stern am Start Genauso wie Mario, der olle, mieser Italener Okay, Turbostart ist hier jetzt, glaube ich, nicht ganz so clever gewesen Ja, das war Absicht Okay, nein, das war doof Nein, 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 jetzt komme ich nicht mal vorwärts Man hat am Anfang noch so eine Chance Quasi alle zu überholen Weil die alle so schön in eine Linie laufen Wenn man's danach aber nicht schafft, dann wird's schwieriger Wie ihr jetzt gerade seht, aber ich bin dann wieder auf Platz 3, sehr gut Sehr gut, ich mal ein bisschen Vorsicht walten lassen Yoshi, wehe, du wirst gleich dein Ei Wehe, du legst ein Ei, du Oh, die Banana Nein, ah, nicht, 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 nicht Peach, oh, ich hab einen getroffen mit meiner Banana Banana Koopa Nein Gut, 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 gut Und jetzt, Luigi, komm, setz den Stern ein Auf Platz 1 Wenn wir das machen würden, wäre das übel cheat Aber, ja, natürlich Ich hab's gesagt Ich hab's gesagt Er setzt einfach mal einen Stern ein Das ist so ein mieser Das ist echt Ja, noch einen Klar Ich will den Pilz jetzt nicht einsetzen, weil ich Angst habe Dass ich den dann ramme Und dann lande ich nicht mal auf dem zweiten Platz Sondern auf dem ersten Platz Äh, auf dem letzten Platz Okay, gut Gut, ich muss jetzt hier Nein Jetzt Sehr gut Gut, 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 gut Und jetzt Nein, wieso dürfte ich auch im falschen Moment Nein, du blöder Suck Kaka Ich könnte ein Oh Gott Nein Nein Wir verlieren Leben Ja Ah, großer Bockmiss Großer Bockmiss Ein Leben verloren In dieser Strecke Ja, komm Achso Ich muss ja ein Ziel fahren Nein Da ist es passiert Bowser macht uns aber Ey Vollziel, Junge Okay, okay, okay Verdammt noch mal Give up Ja Wanked out Ja, ist okay Ah, wie peinlich Retry Ah, verdammt noch mal Jetzt landen wir auf dem sechsten Aber wäre ich mir doch ins Ziel gefahren Was Warum Okay, gib mir mal ein gutes Item Ja, danke für die Banane, du Blödmann Danke für die Banane Echt Jetzt gehen wir Pass auf Jetzt gehen wir hier Game Over Und ich muss alles nochmal machen Wie gesagt Safe States Gibt es bei mir nicht Wir spielen das Original Und ich wollte eigentlich den Pfeil mitnehmen Okay, jetzt Jawohl Luigi wurde von unserer Banane getroffen Und ich kriege auf Platz 8 Eine Banane Ernsthaft, das ist ja schlimmer Als bei Mario Kart 8 Dann kriegt man auf dem letzten Platz Mal Münzen Und Münzen könnte ich hier auch gebrauchen Ich komme nicht nach vorne Nicht wahr Ich komme nicht Nach vorne Und jetzt Komm Gib mal ein bisschen Hackengassi Mal ein bisschen konzentrieren Kario Komm Werf einfach ab hier Wow Das war knapp Okay, Platz 5 Die Strecke ist auch riskant gerade Tschüss, Yoshi Ja, natürlich Mario Setz einfach mal einen Stern ein Boah, was sind die hier alle am Cheaten Das kannst du mir nicht erzählen Wer ist denn Platz 1? Luigi schon wieder, ne? Ja, an dem kommen wir doch eh nicht vorbei What? Nein Das kann doch nicht wahr sein Ah, wie mich das gerade ärgert Wie mich das anfixt Aber ich kann ja auch nicht ordentlich driften Weil ich beherrsche die Strecke nicht Ja, Platz 3 zumindest noch Platz 3 Gut, damit ist nicht alles unbedingt jetzt verloren Ah, Mann Das ärgert mich Weil ich den Turbo-Start am Anfang immer vermasse Versteht ihr? Ah, deswegen Dann werde ich halt letzter Und, okay Wie ist denn das Endergebnis bisher? 12 Zusammen mit Ne, wir sind nur noch Ah, wir sind Zweiter, ne? Luigi ist vor uns, ja Das heißt, wir müssen jetzt Erster werden Dann haben wir Gleichstand Dann muss ich nochmal Erster werden Okay, komm Das schaffen wir aber Jetzt geht mal Turbo-Start Jetzt, komm Weißt du was, Spiel? Du magst mich nicht, oder? Nee, tue ich nicht Ach, die Strecke Nein Ja! Ich habe den doch getroffen, oder nicht? Luigi, lass mich in Ruhe Ich bin Arzt Okay Ja, natürlich fährt er hier auch Genauso perfekt wie ich Gut, Erster Platz 1 Verteidigen 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 Gut Nicht schlecht Nicht schlecht Silencario Nicht schlecht Komm, am bisschen Ja, aber Die Red Shell Heben wir uns mal auf Okay Schön vorsichtig Weiten lassen hier Ja, gut Gut, gut Wie auch immer Ich das gerade geschafft habe Ja, okay Aber die fahren Wow, das war Haarscharf Aber die holen immer wieder auf Seht ihr das? In dieser Einkurve kann Ich bin gerade so Angespannt Ich will hier den Cup Gewinnen Ich will den Shit Shit Ah, das war nicht gut Das war Okay, Luigi Ich weiß nicht, ob der In den Fehlern fahren die ja nicht Die haben ja immer Ihre gleiche Linie Okay, gut Komm, noch zwei Runden So wie Wenn ich jetzt so weiterfahre Dann ist alles safe Dann ist alles safe Hier im Gelände Ja Okay Nein, bremsen Gut Nein, bremsen Luigi, wie ja Du überrundest mich jetzt Ich bin Boah, meine Güte Meine Güte Nein, das kann doch nicht Wieso Passieren mir jetzt solche Kleinen Fehler Oh Gott Kann ich auch nach hinten gucken Und aufs Select drücken Okay, ich wollte mal eben gucken Okay Jetzt keinen Fehler machen Das war ein Fehler Das war ein Fehler Ja, natürlich setzt er jetzt Einen Stern ein, oder was? Weg Gott sei Dank Boah, das war Windschatten Wenn es dir schon Windschatten Gegeben hätte Hätte er mich definitiv Mit einem Stern getroffen Dieser Sackdruck Eieieiei Was? Ich bin doch so Angespannt an die ganze Zeit Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen Also gut, vielleicht schon Der eine oder andere von euch Okay, Runde 3 Jetzt sind wir zusammen Mit Luigi auf Platz 2, richtig? Äh, auf Platz 1 Beziehungsweise auf 2 Okay Was ist denn, wenn es einen Gleichstand gibt? Weiß ich jetzt gar nicht Ich glaube, dann werden wir gekürt, oder? Ich weiß es echt nicht mehr Ich würde es auch nicht Darauf ankommen lassen Jetzt Turbostart Das gibt es doch nicht Ich kriege keinen Turbostart hin Münzen Ja, ist okay Münzen ist in Ordnung Okay Kein Risiko eingehen Ich habe gesagt, kein Risiko eingehen Wieso fährst du dann so komisch? Weiß auch nicht It's a meal Solencario Gott, ich habe Angst Ich will das Ich will gewinnen Ich will der allerbeste Koopa sein Wie nur Larry vor mir war Ja komm, setz doch einen Sterne Komm, leg ein Ei vor meinen Füßen Das könnt ihr doch alle, oder? Ich sag's Fuck Ich sag's doch Der 150er Cup Der ist unmöglich zu lösen Und hier links kann ich nicht drüber springen, glaube ich Das ist nämlich der Trick dabei Das funktioniert nicht so wirklich Aber hier kann ich drüber Ja Gut Gut Deswegen kann ich jetzt Jawohl Kurve Nicht gut bekommen Aber Ein wenig Wow, das war knapp Ein wenig gut Luigi schon wieder Haha, auf Sterne Ja, war klar War klar, dass du jetzt den Stern einsetzt Nur um mich zu rammen Bin doch nicht blöde Okay Ich hab's hier noch nicht so raus mit dem Driften Ich weiß nicht Wie ich hier Verdammt nochmal driften soll Da links kann man auch nehmen Das kriegt man aber nur hin Wenn man wirklich perfekt fahren kann Dann kann man da links auch einfach langen Das weiß ich Aber das schaffe ich nicht Früher Früher hab ich es geschafft Wie gesagt, ich hab das Spiel früher Sowas von gesuchtet Aber Ja, in Zeiten von Mario Kart Acht Ist natürlich Kacke Ist natürlich mein Skill hier Gnadenlos vorbei Oder nicht mehr Axis Kaka Oh, Yoshi hab ich getroffen Nein, ich will erster werden Ich will erster werden Ich will erster werden Okay, wir haben noch eine ganze Runde vor uns Meine Nase juckt gerade Das ist nicht gut Das ist Verdammt nochmal Nicht gut Und er setzt wieder einen Stern an Wo bist du? Oh mein Gott Es ist hier Pixelrennen Aber Nein Jetzt kriege ich Nein Was mache ich denn jetzt? Gott, Gott Ich hab Angst Ich hab Angst Ich hab Angst Okay, jetzt geht doch einfach mal Kein Risiko ein Kariot Jetzt geht doch einfach mal Kein verdammt normales Risiko Ein Einfach mal bremsen Wie gesagt Man kann hier so geil durchtwiften Aber sorry Ich kriege es einfach nicht mehr hin Und jetzt komm Da ist das Ziel Das Ziel ist vor unseren Augen Das Ja Ja Hau ab Hau ab Ja Und jetzt kann meine Nase jucken Oh mein Gott Die juckt Oh Gott, oh Gott, oh Gott Concentration ist hier alles Concentration ist hier alles Extra Leben Sehr gut Ich weiß nicht warum Vielleicht weil wir dreimal Insgesamt erster geworden sind Ne, zweimal nur bisher, oder? Ja, nur zweimal Egal Nehmen wir einfach mal so hin Vielleicht muss man bei dieser Strecke erster werden Ich weiß das nicht mehr Okay 30 zu 27 Letzte Runde, oder? Das bedeutet, wenn wir zweiter werden Herrscht auch Gleichstand Richtig Und Luigi wird definitiv erster Das bedeutet, wenn wir hier Nicht erster werden Können wir eigentlich wieder Ja Was soll das denn hier offen? Jetzt habe ich null Münzen Wisst ihr was? Ich könnte eigentlich Direkt nochmal den ganzen Kram hier von vorne starten Ne, mach mal direkt nochmal von vorne So hat das keinen Sinn Ja, retry Jetzt landen wir auf Platz Zwar auf Platz 8, glaube ich, oder? Ja Kacke, ey Und da vorne kann ich also nicht dürfen Jetzt gibt mal einen Turbostart her Sehr gut Sehr gut Schön Andi, alle vorbei Andi, alle vorbei Gut, gut Ja, schön Keine Ahnung, wie ich das gerade hinbekommen habe Aber ich habe es irgendwie hinbekommen Okay Nein, gib mir den, gib mir den Ja Gut Boah, die fahren aber auch gut auf dieser Strecke Guckt euch das mal an Die sind ja Die sind mir dicht auf den Fersen Egal wie krass ich hier durch Geskillt habe gerade Also es war gerade nicht schlecht Okay, wenn man im richtigen Moment Also wieder nach rechts drückt Also in die entgegensetzte Richtung Kann man anscheinend wieder direkt so Weiter driften Beziehungsweise dann den Speed weiter aufnehmen Interessant zu wissen Wusste ich auch noch nicht Beziehungsweise habe ich wahrscheinlich verdrängt Mario Kart 8 Ach Mario Kart Für die Super Nintendo Hat mir meine Kindheit Genommen Oh Gott Das wird immer knapper Aber bis jetzt geht es Und Luigi Der ist uns dicht auf den Fersen Der hat Packen die hier nochmal richtig ihren Skill aus Ich meine Ich nehme ja sogar immer den Turbo-File Aber trotzdem ist der uns direkt auf den Fersen Was ist das für ein Hacker Ich traue mich eigentlich fast nicht mehr Diesen Durft hier zu Machen Gott Okay, okay Und Turbo-Durft Ja Okay, letzte Runde Letzte Runde Nochmal konzentrieren Mario Nein, was mache ich denn jetzt Konzentrieren Davon gar nicht einschüchtern lassen Ah Ernsthaft 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 jetzt Okay Oh mein Gott Das kann doch nicht wahr sein Boah, das Spiel macht mich fertig Das Spiel macht mich fertig Ich habe gar nicht einen Erdenzusammenbruch Oder so Okay, Moment Jetzt sind wir aber zusammen mit Luigi Da auf Platz 1 Richtig? Nee Doch Okay, wie sieht das jetzt aus? Ich bin noch Platz 1 Kriege ich den Goldpokal? Ja Ja Ich kriege den Goldpokal Oder? Doch Oh mein Gott Ja, Baby Yes Gut Äh Ich ruhe mich jetzt aus Nehm ein bisschen Balldrehen Oder irgendwie sowas Keine Ahnung Ich brauche jetzt echt erstmal Pause Wow Gut Ich hoffe, der Part hat euch gefallen Meine Herzen rast wie bekloppt Und ich bin raus für heute Mein Name ist Elinkario Ich bedanke mich für's Zuschauen Würde sagen Denkt an den blauen Daumen Bleibt gesund Bis zum nächsten Wahnsinn, meine Freunde Bis zum nächsten Klick Macht's gut Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal.